Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 347 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug da für alle. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug da für alle. Ich habe Schlittschuhe ausgeliehen. Ich hoffe, ich falle nicht hin. Ich habe Schlittschuhe ausgeliehen. Ich hoffe, ich falle nicht hin. Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Ja, ich habe Rolf tatsächlich gestern getroffen. Ich muss dir unbedingt alles im Detail erzählen. Wir hatten einen Rohrbruch. Jetzt kann ich mich endlich wieder waschen. Wir hatten einen Rohrbruch. Jetzt kann ich mich endlich wieder waschen. Wir hatten einen Rohrbruch. Jetzt kann ich mich endlich wieder waschen. Unsere Katze hat Junge bekommen. Der Korb ist voll. Unsere Katze hat Junge bekommen. Der Korb ist voll. Unsere Katze hat Junge bekommen. Der Korb ist voll. Warte, ich mache ein Foto von dir. Bleib wo du bist. Mir scheint, dass Finn schläft. Ich habe noch nichts von ihm gehört. Mir scheint, dass Finn schläft. Ich habe noch nichts von ihm gehört. Wo ist Björn? Er sitzt in der Küche und bemalt Ostereier. Wo ist Björn? Er sitzt in der Küche und bemalt Ostereier. Wo ist Björn? Er sitzt in der Küche und bemalt Ostereier. Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Achte immer darauf, wer hinter dir steht. Es könnte ein Dieb sein, der dein Smartphone stehlen will. Achte immer darauf, wer hinter dir steht. Es könnte ein Dieb sein, der dein Smartphone stehlen will. Achte immer darauf, wer hinter dir steht. Es könnte ein Dieb sein, der dein Smartphone stehlen will. Mehr ist in diesem Monat vom Haushaltsgeld nicht übrig geblieben. Mehr ist in diesem Monat vom Haushaltsgeld nicht übrig geblieben. Diese Kamera ist defekt und muss ersetzt werden. Diese Kamera ist defekt und muss ersetzt werden. Im Flugzeug nehme ich die letzten Anpassungen an meiner Präsentation vor. Im Flugzeug nehme ich die letzten Anpassungen an meiner Präsentation vor. Mein Hund und ich tragen Kleidung in der gleichen Farbe. Mein Hund und ich tragen Kleidung in der gleichen Farbe. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Nur wenn ich mich jetzt auf meine Arbeit konzentriere, werde ich pünktlich fertig. Nur wenn ich mich jetzt auf meine Arbeit konzentriere, werde ich pünktlich fertig. Es gab mehrere Einbrüche in unsere Firma. Jetzt sind überall Sicherheitskameras. Es gab mehrere Einbrüche in unsere Firma. Jetzt sind überall Sicherheitskameras. Es gab mehrere Einbrüche in unsere Firma. Jetzt sind überall Sicherheitskameras. Morgen gehen wir in den Zoo. Vielleicht sehen wir dort auch Flamingos. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.